Mich motivieren vor allem die Menschen, also natürlich an erster Stelle stehen bei uns die Kundinnen und Kunden und dass wir für sie Angebote schaffen, wie das unserem Auftrag entspricht. Nämlich, dass wir für alle da sind, dass wir Zugang schaffen zu Informationen, dass wir auch niedrigschwellig sind und die Menschen sich bei uns sehr willkommen fühlen. Das motiviert mich sehr. Was mich auch sehr motiviert, ist dann auch intern die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Das macht mir unglaublich Spaß, da gemeinsam in Projekten etwas zu entwickeln, kreative Ideen zu haben und natürlich auch die Bibliothek als Ort weiterzuentwickeln, indem wir halt permanent überlegen, welche Wünsche gibt es, welche Bedarfe gibt es, damit die Menschen gerne zu uns kommen und gerne hier auch sich aufhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.